Und da bin ich wieder. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Harold Hallibut. Wir spielen immer noch die Demo und ich bin gespannt, was uns Tommy sagen wird. Aber genau, wir sollen mit Moro nochmal sprechen. Hm. Yes, she mentioned, she may have found a link between something in the water and our solar wind problem. It's speculative and now isn't the time. That's all? Oh, no, it's okay. I'll be off. Be good, Harold. Okay, wir sollen zu Tommy's... Warte mal, war das hier die ganze Zeit schon da? Der Anzug? Ja, wahrscheinlich. Okay, jetzt dürfen wir aber, glaube ich, wieder Fahrstuhl fahren. Okay. 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 Wir gehen zuerst zu Cyrus. Ähm. Ich glaube, ich weiß noch, wo er war. Eventuell. Obwohl, vielleicht ist Cyrus auch gar nicht da. Naja, wir gucken mal. Ja. Na gut, dann ist Cyrus nicht hier. Dann müssen wir jetzt doch, ähm, wieder nach oben und, ähm, suchen mal Tomys Gemischtwarenladen. Ich würde wirklich gerne irgendwie rennen können, aber ich glaube, das geht nicht, oder? Ich habe noch nicht rausgefunden, wie. Ich könnte auch in die Steuerung gucken, aber, mh. Oh, vielleicht ist Cyrus auch hier? Aber Chris ist nicht da, weil er muss ja auch seine Bambini unterhalten. Wenn du wissen, welche Potion du brauchst, wir werden bereit sein. Die Potion wird bereit sein. Wie Magie. Die Tür wird öffnen. Die Tür zu deinem Herz. In die Potionen, Potionen und Magie. Winter ist ein Zustand. Aber bei Slippys Winter Sport ist es auch ein Zustand. Das ist auch lustig mit der Werbung. Gut. Auf zu Tommy. Das ist ein Wunderschön für die Zukunft der Menschheit. Harald! Gute Zeitung. Du kannst das zu dem Major erklären, nicht? Harald? Komm her und erzähl dich. Und dich selbst. Major? Ich bin nur durch. Ich weiß wirklich nicht, was das ist. Hi, Felix. Also, du bist nicht hier, um diese Deminutiven Delinquent zu machen? Hey, ich bin nicht Deminutiven. Ich habe nur länger zu leben, als du. Und Harald, erzähl ihm über unseren Plan. Harald! Ich dachte, ich habe gesagt, ich habe dich zu bleiben. Ich sollte mich wissen, dass du in dieser Zeit gesammelt bist. Ich bin nicht in Probleme. Es ist kein Plan. Du fragst mich meine Autorität und die Organisationen? Was? Nein, Major. Ich... Wenn ich herausfinde, dass du ein schlechtes Influen auf den jungen Felix hier bist... Nicht ich. Major. Alles, was Felix gemacht hat, ich bin sicher, dass es inwiegend bedeutet. Und wie wirst du das wissen? Unless du mit ihm bist? Ich habe nur gesagt... Ich meine... Wenn du einfach relaxierst... Relax? Harald, du hast wirklich angefangen, meine Beak. Aber... Aber... Was hat Felix gemacht? Utterlich unverantwortet für seine eigene Sicherheit. Kein Respekt oder Autorität. Kein Irgendwas. Kein Irgendwas. Kein Irgendwas. Kein Irgendwas. Kein Irgendwas ist Harald in Trouble? Mein! Ich bin hier. Felix. Kannst du das nicht wahrnehmen? Absolut. Und du kannst du auf die Aufmerksamkeit des Haralds? Nur wenn er will, auf meine meine. Harald. Sag jetzt die Wahrheit. Es wird leichter in der Zeit. Ich habe nichts wahrnehmen, um zu testieren. Verdammt. Dann ist der Fall in Gefahr zu fallen. Ich bin sicher, dass Felix's Eltern mit dem zu tun werden. Gut. Sie sollten wirklich sein, während du mich fragst, Major. Ich bin nur ein Miner. Kein Irgendwas. Kein Irgendwas. Kein Irgendwas. Wo sind sie denn? Ich weiß nicht. Und... Good luck finden sie. Oh nein. Felix. Hast du sie verloren? Harald. Lass das für die Professionale. Felix. Du meinst zu erzählen, dass du eine Missing Personal Persons Report hast? Wir müssen sie nicht suchen? Nein. Nehmen Sie das Thema. Aber Major, was ist das Thema? Das stimmt, Harald. Kennen Sie Ihre Rechte. Wenn, und ich meine, wenn, dass du eine Art der Heroik für diesen kleinen Mann bist, ich wünsche dir, dass du eine positive Influenz ist. Ich... Wir... Wir... Es gibt keine... Komm schon! Mach es mal, Sandstrom. Ich habe Fisch. Okay, Harald. Ich habe nichts verstanden. Vor allem Harold, you've lost it. Ich habe ihn nicht verloren. Wissen Sie sich noch nicht richtig gefällt. Hi, Herr Herr Herr, 8, richtig? Ich versuche nicht. Du musst sich denken, dass meine Bruder, Herr Herr Herr, Herr Herr Herr, oder Herr Herr Herr. Herr 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 24, natürlich. Oh, sorry. Ich immer das kombinierze. Es gibt nur drei von euch, richtig? Na ja, drei von uns arbeiten für Allwater, ja. Oh, so... ... es gibt einen, der da nicht? Ja, Herr 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 Kahn hat ihn. ein Mann zu fragen. Er erinnert es viel besser als ich. Er erinnert? Okay, das klingt ernsthaft. Insofern, ich schluss meine Post. Willkommen in den Agora Arcades! Würdest du gerne in der Monatel-All-Water-Raffle-Bonanza? Oh, sicher. Warte, ist es möglich zu entdecken? Natürlich! Der Raffle ist eine genügend Gestalt von Freilität, von All-Water zu dir, die Mitglieder der Fedora. Was sind die Prozesse? Es gibt eine lange Liste von Freilität. Eine Menge von Freilität. Die ganze Liste kann auf deinem Leitur auf dem All-Water-Public-Access-Forum. Okay, ich bin bereit. Ich werde sie einfach aufbauen. Drumroll, bitte. Und... Coole Tombola. Sie hat gutes Bierzone. Ach, recht. Genau. Slippy Style. Die Double Black Diamond Angebote sind da. Nur für diesen Tag. Nicht verpassen. Slippys exklusiver neuer Kampagnenstart heute noch bei Slippys vorbeischauen. Ich werde sie zurück in der Küche. Oh. Oder, ich meine, ich kann zurück nach später. Oh, nein. Was sollst du? Es ist einfach, dass der Professor und ich brauchen ein paar C-Rocks. Ich meine Filter-Rocks, von früheren Zeiten. Das haben von den Filter-Rocks. Und ich fühle mich, dass du eine hat. Ich weiß, dass jeder Teil meiner Inventory ist legal, oder legal, gefunden. Genau. Genau. Das ist warum ich hier bin. Um legal, ein Item von dir zu bekommen. Okay, schau mal hier, Långy-Long-Pants. Ich verabschiede die Kampagnen für eine Art, du wissen. Oh, Mann, ich bin sorry. Ich habe dich Långy-Long-Pants nicht erwähnt. Ich bin sicher, dass ich wieder zurückkehren kann? Es ist gut, ich fühle mich einfach für mich. Ich habe diese Gefühl, dass meine hermähnliche Angel-Winfe nicht mehr mehr interessiert. Oh. Nein, ich weiß, ich bin wieder über-Sharin. Tommy, du musst dich über-Sharin. Schau mal, Mann, ich werde dir nicht von dir heute nicht helfen. Oh, wenn du sicher bist. Ich wusste nicht, dass Tommy hier ist. Toll. Aber wir holen jetzt hier uns noch unser Angebot ab. Du bist cool. Du bist cool. Du bist cool. Du bist cool. All of the time mit meinen Patenten-Konsta-Cool-Fabricks. So, du siehst? Das ist die Unterschiede. Und wenn du nur diese spannende Infomercial aufzunehmen... Ah, Herald! Wenn es nicht mein Lieblings-Multi-Maintenance-Man ist. Warte, bist du sicher, dass ich dich nicht interessiert in... Oh, keine Ahnung. Hallo. Wie ist dein Geschäft? Du bist ein Allman, nicht wahr? Ich habe eine neue Ad gemacht, und ich brauche deine Meinung. Ich meine, ich denke, es ist gut, aber vielleicht ist es zu hochkonzept. Oh. Also... Ich bin wirklich nicht qualifizierend... Nonsten! Just watch! Ich versuchte ein Buch in der Komforte meiner eigenen Wohnung. Aber meine eigene Wohnung war nicht zufrieden. Es war zu heißen, um zu konzentrieren. Ich werde niemals mit meinen Kindern lernen? Oder über die Sprecher der Fedora 4 von meinem Armchair wieder? Ja, natürlich! Mit meinem Patenten-Tried-and-Test-Aercon System... ...kir immer wieder zu halten, dein Geist, und dein Geist, und dein Geist, und dein Geist, und dein Geist... ...kirg und cool wie Jimson Jameson selbst. ... 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 Wir machen hier morgen weiter an dieser Stelle, würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis morgen. Bye, bye.